So, dann hoffen wir mal, dass ich den richtigen Speicherstand erwischt habe. Ach, Scheibenkleister. Was zur Hölle? Ich habe nichts getan. Was war das? Juhu, ich bin schon wieder betrunken. Aber es ist der richtige Speicherstand. Ich würde die See ins Land des heiligen Brinin reisen, nicht wahr? Randwinantes Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert drei Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fahrt und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Gute Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Dränger bedacht. Bestimmt. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Aha. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Ja, jetzt. Zum zweiten Mal. Gib nur den Befehl und wir brechen auf. Ich habe gedacht, das sind deine Regeln. Aber okay. Ah, jetzt? Jetzt fängst du wieder an. Ja, Aufnahme läuft. Oh, wie ärgerlich. Gut, dass es mir gerade noch aufgefallen ist. Und ich werde so viel in der Stunde oder so. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. So nach acht Stunden Stream oder so. Huch. Das wäre richtig fies. Und da meldet sich auch gleich der Bot. Oh Gott, ich habe heute gar keine Aufnahme gemacht. Nee, alles gut. Aber dann weiß ich jetzt erst schon direkt, wo wir hin müssen. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Boah, das muss kacke sein, in drei Wochen auf so einem blöden Boot unterwegs sein. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jorah aus Jofovic. Jorah? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nühöfen. Unwörtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! 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 Wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch nicht schon wieder. Ohne das Führung können wir Gorm keine Vorräte schenken. Genau das habe ich mir auch gedacht. Dann bringt, was wir an Vorräten haben zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Hm. So, da ich jetzt ja weiß, wo wir hin müssen. Zack. Jemand knackte das Schloss und floh. Upp. Wurde weggeschleppt. Könnte eine Spur sein. Ja, ich mach das mal eben ganz flott. Das, was wir gerade in 20 Minuten gemacht haben. Eben mal in 5. Schnappen wir uns den Aussichtspunkt. Und wir sind jetzt hier auf dem amerikanischen Kontinent, richtig? So, dann einmal. Schon schön. Auch beim zweiten Mal ist es sehr hübsch. Und die Vögel sind immer noch hässlich wie die Nacht. So, ansonsten war hier nämlich auch nichts. Aber natürlich ist es das erste Mal. Moin, moin. Können wir uns verständigen? Spricht jemand von euch Nordisch oder Sächsisch? Ich schau. Ich schau. Ich schau. Ich schau. Das ist Zünen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Ich habe immer noch nicht verstanden, was sie gesagt hat, außer dass ich ihr hinterher gehen soll. Nein, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung, bin ich noch in Midgard? In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Olaf, der Glückwunsch. Das ist eine Sprache, die ich kenne, aber die Worte klingen wirr. Dann warf ich mein Auge in die Quelle! Die Musik könnte jetzt gerade so aus Witcher kommen. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Er spricht, dass du es schnell tust! Was? Erstech mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Steckst du deine Nase immer in anderer Leute Angelegenheiten? Nein, nein! Olaf unterhält sich nur. Olaf hat niemanden zum Reden. Ich habe mich versteckt, um zu warten und Rätsel zu ersinnen, den niemand hören wird. Aber ich helfe dir bei deiner geheimnisvollen Aufgabe. Das werde ich, ja. Gut. Weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht. Ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er der fiese, fiese Backkraut. Und wie finde ich diese Lager? Ich kann es dir zeigen. Komm doch, komm, komm. Der ist komisch. Aber er hat keine zwei Augenfarben. Das heißt, er ist keiner der eigentlichen Seher. Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seiner neuen großen Freundin erzählen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt, wo er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Und wenn er sagt, Grab, dann gräbt er. Wüstseltsam. Hm. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Bitte? Warum sollte er das tun? Warum will er nach Jötunheim? Wegen dem Miet? Wegen dem Miet? Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Ey. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Fälle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Fälle? Das finde ich da draußen. Ja. Ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja. Ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig. Nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Gut. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber. Ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Okay. Aber erstmal Fertigkeitenpunkte. Wer ist mit dir? Kann ich mit dir handeln? Was ist denn das für ein Helm? Oh mein Gott. Ähm. Hm. Mahlzeit. Ich hätte gerne einen... Eine Aquarikeule. Natürlich hätte ich die gerne. Ja. Ja. Ich muss los. Bis bald. Okay. Besonders, sie hat doch hinten die Axt. Warum kann ich die nicht aus... Ich frag da nicht nach. Gut. Wir haben da irgendwas. Das heißt, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir die Ausrüstung zusammenkriegen, ne? Okay. Ich glaub nicht, dass das reichen wird. Das waren ja irgendwie immer drei Sachen, ne? Ich hab' nicht mehr. Ich hab' nicht mehr. Ähm. Yes. Please. Okay. Aber... Wir haben halt schon. Und das ist schon mal... Sehr gut. Einmal da. Nee, ich hab' keinen Bogen. Mh. Okay, ich glaub' ich erstmal da hin. Jo, würde ich auch machen. Ist ja auch tief genug, ne? Verrückt. Verrücktes Mädel. Gorm ist irgendwo in diesen Wäldern. Er bringt mich nicht weiter. Ja. Das Erz... Das Erz... Das Erz... Das Erz... Das Abenteuer von Eirig dem Kühnen. Ich floh von meinen Posten und verlief mich in diesen endlosen Wäldern. Ich stürzte von einer Klippe und brach mir mein Bein. Die Nacht bricht an und die Wölfe heulen. Bald ist es aus. Bring bitte meine Leiche nach Nühhöfen an der Küste im Osten. Ja, dann Nühhöfen dahin. War da jetzt noch was? Nee, nur das. Dann gucke ich mal, dass ich ihn zurückbringe. Und dann kriegen wir bestimmt Ärger. Weil wir ja weg waren. Oh, oh. Ich höre einen Bären. Oh, ich fühle mich gerade so nackig. Oh, so ohne Ausrüstung und alles fühle ich mich richtig schlecht. Ich höre nicht. Wo bringe ich ihn denn hin? Oh mein Gott. Danke, dass du ihn zurückgebracht hast. Vielen Dank. Ich werde die beste Jägerin aller Zeiten. So wie du, Bruder. Wart's nur ab. Ich schieße diesem Elch ins Auge. Wollte es mal ein Swipe.